Ich arbeite weiter an der Gestaltung dieser Steinbruchwand hier und kann jetzt dieses Stück hier anleiten. Ich arbeite weiter an. So, der kann schon mal daneben. Das kann da drauf. So, der kann schon mal daneben. Und das Biest hier passt sicher gut daneben. Ja. Ich habe es bald geschafft. So, der kann schon mal daneben. Jetzt könnte ich hier ein schönes Reststück gebrauchen. Was ich dann da draufkleben kann. Ja, das ist doch schon mal klasse. So, und weiter geht die Wilde. So, der hat es jetzt diesem Stück. So, der hat es jetzt hier. Und jawohl, das sitzt. Kann gleich hier noch getoppt werden. So, der hat es jetzt hier. So, der hat es jetzt hier. So, der hat es jetzt hier. So, das hier ist schon mal. So, der hat es jetzt hier. So, das ist ja schon mal. So, der hat es jetzt. Perfekt. So, das ist schon mal nicht so schlecht. Und aufkleben. Und jetzt wird es leider Zeit für Gewichte, sonst kriege ich das nicht mehr fest. So, das ist schon mal nicht so schlecht. So, das ist schon mal nicht so schlecht. So, das ist schon mal nicht so schlecht. So. So. Das war's. So, dann ist wieder Gericht drauf. Dann kann ich nur hoffen, dass das auch hält. So, dann ist wieder Gericht drauf. So, dann ist wieder Gericht drauf.